Joho, Pokémon-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Alpha Saphir! Wir befinden uns immer noch in der Höhenregion, haben uns aufgemacht von Wurzelheim aus Pokémon-Meister zu werden. So, völlig überraschend. Also wir sind umgezogen mit unserer Mama und unserem Papa, das ist übrigens unser Papa. Ja, und dann haben wir Professor Pokémon getroffen und seinen Sohn und wir haben mal ein Pokémon bekommen und Pokébelle und durften Pokémon fangen und das war schon ziemlich aufregend. Und wir haben einen ziemlich coolen Fang gemacht, einen wirklich ziemlich coolen. Nein, das möchte ich nicht, ich habe nichts angeklickt. Wir haben ein Stufe 13 Pfiffchen bekommen. Ein Stufe 13 Pfiffchen, das wir Poochie genannt haben, also in Anerkennung an Poochie aus Yoshi's Woolly World. Und auch den Originalnamen aus dem Englischen, was heißt Originalname, wäre ja eigentlich der japanische. Und dann haben wir gerade von Heiko eine Erweiterung für unseren Pokémon-Navi bekommen und das ist der Spiel-Navi. Da haben wir immer die Möglichkeit, via Streetpass und Internet mit anderen Spielern aus aller Welt zu spielen. Und wir können mit unseren Pokémon spielen und unsere Pokémon trainieren auf eine bestimmte Art. Ich möchte in diesem heutigen Part auf das Thema mit Pokémon spielen und mit Pokémon trainieren eingehen. Viele von euch werden das schon kennen. Viele kennen schon Pokémon-Navi und das Super-Training. Wenn euch das überhaupt nicht interessiert, empfehle ich diesen Part zu überspringen. Aber für alle Leute, die das noch nicht kennen, möchte ich das Ganze mit euch einfach mal durchgehen. Das wird vom Spiel wunderbar erklärt und das dauert auch gar nicht so lange. Aber wir werden vermutlich einen ganzen Part dafür draufgehen lassen. Pokémon spielen. Spiele mit deinen Pokémon und festige deine Freundschaft zu ihnen, indem du sie knuddelst oder ihnen leckere Pouvelets zu essen gibt. Gewinnen sie mehr Zutrauen zu dir und zeigen dir ihre Zuneigung auf ganz unterschiedlichen Wegen. Es lohnt sich immer, mit seinen Pokémon zu spielen. Je mehr unsere Pokémon uns in Pokémon-Navi lieben, je mehr wir uns mit ihnen beschäftigen, dass so, ja sagen wir mal, höher ist ihr Vertrauen zu uns, ja. Unsere Beziehung ist fester und sie hören besser auf uns. Sogar Pokémon, die weit über dem Level sind, dass wir sie kontrollieren können, hören dann eher auf uns. Sie geben ihr Bestes für uns im Kampf, versuchen mehr Volltreffer zu landen, weichen Attacken aus. Und das macht das Ganze schon sehr lohnenswert. Man sollte sich darum kümmern. Du kannst mit deinen Pokémon Beerenernte, Kopfball und Puzzleplatten spielen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, mit ihnen Spaß zu haben. Ruf sie beim Namen oder schneide lustige Cremassen mit ihnen. Spiele mit deinen Pokémon und verdiene dabei Pouvelets. Lege ein Pouvelet auf dem Boden aus und locke damit Pokémon in der Nähe an. Wenn dich Pokémon-Besuche kommen, hinterlassen sie Geschenke wie Pouvelets oder Deko für dich. Mit ihnen kannst du dir den Pokémon-Ami-Bereich ganz nach deinem Geschmack einrichten. Das ist nur Deko und Shiny und Bling-Bling. Die Pouvelets, die kann man in Pokémon füttern und das ist dann halt eher sinnvoll, dass sie, ähm, ja, dann glücklicher werden, ne? Und wir sehen gerade, unser Mudkip hat Hunger und möchte gerne spielen. Also spielen wir mal mit unserem Mudkip. Aber bevor wir das machen, bekommen sie erstmal ein paar Pouvelets. Hallo, du süßer du. Na? Ja, Mensch. Ja, du. Ah, Hydroppi. Hydroppi. Sieht ihr, das reagiert auf uns. Das ist großartig. Dann streicheln wir dich mal über den Kopf. Oh. Und die Wange. Magst du es an der Wange gestreichelt zu werden? Es gibt ein paar Parts, da mögen die Pokémon das nicht. Kriegst du jetzt noch was zu essen? Nom, nom, nom. Ja, ihr habt jetzt quasi das Fenster, was eigentlich groß sein müsste bei euch, klein. Aber ich kann das gerade nicht umswitchen. Ich werde mir das wohl für die Zukunft noch dementsprechend gestalten. Aber ihr könnt euch die Videos ja auch entsprechend großstellen. Ich nehme die ja mit einer recht hohen Bitrate auf. Was sollte das denn eigentlich gehen? Ich habe es sogar ein bisschen getestet. Auch auf dem Handy geht das ganz gut, sich einzelne Bereiche größer anzeigen zu lassen. Nom, nom. Nom, nom, nom. Nom. Oh. Okay. Hydroppi. Dann machen wir uns mal auf und spielen als erstes Bärenernte. Das ist ein Reaktionsgeschicklichkeitsspiel. Und wir können erstmal nur mit leicht anfangen, bevor wir uns zu unendlich hocharbeiten. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und hier ist es einfach so, dass wir dem Pokémon die Bären geben müssen, die sie haben wollen. Das buggt manchmal ein bisschen, aber man kann schon einen sehr hohen Highscore damit kriegen. Am besten bin ich einfach immer noch auf unendlich. Das geht am einfachsten. Je schneller das Ganze wird, desto leichter wird es eigentlich. Es ist auch ganz wichtig, sich nicht zu sehr darauf zu konzentrieren, wo man hinguckt. Oder dass man sich jetzt die genaue Farbe anguckt, damit die Reaktionszeit nicht zu langsam ist. Ich schaue die ganze Zeit auf die Restzeit und sehe mir einfach im Augenwinkel an, welche Bären ich dort nehmen muss. Nur so als Tipp. Weil man das dann halt so im Hintergrund, im Kopf mitbekommt, sich nicht zu stark darauf konzentriert. Und dann wesentlich schneller reagieren kann. Man muss sich auch entscheiden, welche Bären man zuerst gibt, damit man halt die Geschwindigkeit halten kann. Und die Möglichkeit hat, wirklich all Bären zu geben. Wenn man Fehler macht, ist das natürlich schlecht für den Highscore, ja. Hier musste ich mich zum Beispiel auch entscheiden, welche Bäre gebe ich da zuerst. Oh, das hier war jetzt natürlich ausgesprochen praktisch. Und die kommen dann halt auch nacheinander, ja. Okay, das ist jetzt immer das Gleiche. Das ist jetzt nicht so natürlich kompliziert. Das ist, wie gesagt, ein Geschwindigkeitsgeschicklichkeitsspiel. Wow, so viele Bären. Haben wir gut gemacht, hm? Und auf leicht ist das noch wirklich ganz easy. Ich glaube, das gibt die volle Sternpunktzahl. Highscore, Bärenspezialist. Damit bekommen wir jetzt Pouvlets. Sogar bessere Pouvlets. Ihr seht hier die einfachen, kleinen Runden. Die sind lecker, aber die geben nicht so viele Herzen, wie jetzt zum Beispiel die mit dem Creme oben drauf, ja. Die mit der Creme sind schon mal wesentlich besser. Und, ähm, dieses Spiel wird immer komplexer, je höherer der Schwierigkeitsgrad geht. Kriegst jetzt von mir... Nee, du kriegst normalen. Wir wollen die normalen erst aufbrauchen. Ich hab normalerweise nie die normalen Pouvlets bei mir dort oben im Inventar. Sondern achte darauf, dass es immer die Hochwertigen sind. Deswegen möchte ich die jetzt am Anfang quasi gleich wieder loswerden. Na, bist du langsam satt? Mach die kipp. No, noch mal Ei, Ei, Ei machen. No, da freust du dich. Die Truppi! Die Truppi! Die Truppi! Das ist so süß, okay. Ja, das ist halt wirklich auch ein bisschen Kinderspielkram, aber man hat halt auch was davon. Die Pokémon sind halt wesentlich kooperativer im Kampf. Seht ihr? Das Ganze wird schon komplexer. Es gibt mehr Bären und mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen. Und da muss man sich auch erstmal wieder drauf einstellen. Vor allem, wie man auch den Mauszeiger hält. Also ich bin schlechterin, wenn ich jetzt nicht gerade mit einem Tisch unter mir spiele. Ich hab das eigentlich immer ganz gerne, dass ich den Gameboy dabei hinlegen kann. Und das sonst persönlich finde ich schon ein bisschen schwieriger dann. Hier gibt es natürlich auch noch keine Strafe, wenn wir einen Fehler machen. Es bedeutet halt einfach nur, wir sind da nicht so schnell und haben nicht die Möglichkeit, so einen hohen Highscore zu bekommen. Bei der Schwierigkeitsvariante Unendlich, bekommen wir dann halt einfach auch noch einen Fehlerpunkt, wenn wir nicht schnell genug sind. Da wäre ich jetzt zum Beispiel viel zu langsam, da muss man sich manchmal auch erst ein bisschen einspielen. Aber ich möchte euch das alles mal zeigen, damit da jeder vielleicht mal sagt, okay. Ich finde diese Minispiele übrigens wahnsinnig entspannt zwischendurch. Das habe ich immer gemacht, wenn ich mal wirklich zwischendrin nichts zu tun hatte. Da habe ich meinen Spaß mit. Naja, 41 Bären, das ist schlecht. So langsam. Ich bin zwar da mit Bärenidol und habe jetzt schon die wesentlich besseren Pövlesier meine kleine süße Nillische Pokémon bekommen. Aber naja. Kein guter Highscore, sagen wir es so. Aber es schult die Reaktionszeit. Magst du noch was haben? Wenn wir spielen, verbraucht die Dropi halt Kalorien und dann kann man ihn wieder füttern. Haben wir ja auch nur noch gute gerade hier. Sehr gut. Und bestimmte Pövles mögen die Pokémon auch lieber, habe ich inzwischen festgestellt. Ich dachte, das wäre nur so ein Internetmythos. Aber es ist tatsächlich so, dass manchmal mehr Herzen bei gleichwertiger Qualität auftauchen, als das der Fall ist. Also ich jetzt zum Beispiel, die haben wir hier die gleiche Qualität, ne? Hier die mit dem Cremehäufchen. Und dann manche Pokémon haben aber vier Herzen bei den braunen und dann nur drei bei den orangenen. Also das scheint da wohl auch noch einer Norm zu folgen. So, schwer ist wirklich schwer, weil da sehr viele Bären dabei sind. Ich persönlich finde schwer jedenfalls wirklich schwer. Ich mache lieber Unendlich, finde ich nicht so schwer wie das. Da muss ich mich jetzt wahrscheinlich auch noch echt konzentrieren. Weil, ähm, die sind sehr schnell weg. Das, man hat sehr wenig Fehlerspielraum hier. Und ihr seht, es sind halt wesentlich mehr. Sie sind anders angeordnet, was ich persönlich das Ganze am schwierigsten mache. Seht ihr, wie schnell das da oben schon gewackelt ist von der, von der Sprechblase? Okay, ähm, zack. Äh, das hätte zählen müssen eigentlich. Möchtet ihr mal... Wow, 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 wow. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr? Ich finde das echt, ich finde es echt sehr schwierig, da keine Fehler zu machen. Okay, jetzt habe ich zu lange nachgedacht. Wow, okay, das ging nochmal gerade so gut. Zack, zack, zack. Wenn man erstmal in diesem Monus drin ist, dann geht das auch Gott sei Dank wieder einigermaßen schnell. Am schwierigsten ist es halt, wenn die Dinger weit weg sind, äh, finde ich persönlich jedenfalls immer ein bisschen asozial von dem Spiel. Wenn man denn da schon doch steht und denkt, okay, und welches muss ich zuerst? Also, das muss man üben. Schwer muss man üben. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man nebenbei entspannt spielen kann. Aber trotzdem bin ich damit ein Bärenwunder. Und wir bekommen damit die guten Puvlés, die wirklich am meisten bringen, ja? Und wir haben jetzt unendlich freigeschaltet. Endlos. Ich sage euch schon mal gleich, es ist nicht endlos, es ist kackenschwer. Und ich werde ja wahrscheinlich jetzt gerade wahnsinnig versagen und mich total blamieren, aber wir machen das jetzt noch. Aha. Fertig. Und wir haben Gott sei Dank hier halt nur fünf Bären. Das wäre sonst auch einfach nicht machbar, was wir da von einem verlangen. Das Spiel wird immer schneller. Sagen wir es einfach so, es wird immer schneller. Und man hat damit die Möglichkeit, die besten Bären zu bekommen, äh, die besten Puvlés zu bekommen. Und deswegen ist das, äh, endlos sehr interessant. Weil man möchte natürlich hochwertige Puvlés. Und, äh, damit kommt man an die hochwertigsten, die die am allermeisten bringen. Oh, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber ist gut. Noch, äh, noch habe ich eine recht hohe Fehlertoleranzstelle. Noch geht das. Jetzt wird es schon immer happiger. Jetzt darf ich nicht mehr so lange brauchen. Uh. Jei. Okay. Ja, zack. Macht mich immer ganz fizzlig, das Spiel. Das macht mich immer ganz fahrig. Und vor allen Dingen verwechsel ich ganz gerne dieses pinke Ding mit dem gelben, weil ich das, wie gesagt, nur aus dem Augenwinkel angucke, weil ich es sonst gar nicht auf die Reihe kriege. Und dann, die mehr, also man hat halt drei Fehler, kann man machen. Und dann ist vorbei. Und das passiert halt dann doch mal ganz schnell. Okay, wir sind schon bei über 60. Ich weiß gar nicht, was mein Rekord ist. Will es auch gerade gar nicht wissen. Müssen ich mal auf meinen anderen Spielstand gucken. Ich habe zu früh losgelassen, weil ich mit dem Stift irgendwie an den Rand gekommen bin. Es ist, erlaubt einer halt wirklich überhaupt, es gibt da keinen Freiraum für Fehler in keiner Weise. Okay, hier muss man sich ganz schnell entscheiden, welche Bäre gehe ich zuerst an, wenn man da nur für einen Bruchteil von einer Sekunde für lange braucht. Seht ihr dann passieren genau solche... Das war's. Das kann man noch schaffen. Das ist noch eine Runde, die man schaffen kann, die danach ist. Finde ich unmenschlich. Das kann nur so jemand wie Phil Dory. Das ist okay, ich glaube, mein Heißgau ist bei 120 oder sowas. Meine ich. Ja. Aber, ähm, das war schon mal ganz okay. Ich habe aber nicht damit die besonderen Puffles bekommen. M-m. Die haben doch mal so einen Glitzerrahmen drumrum. War zu schlecht. Da war ich zu langsam. Aber um euch das mal gezeigt zu haben. Jetzt hat Hydropo bestimmt wieder ganz viel Hunger, ne? Mattkipp. Oh, da ist aber jemand sehr glücklich. Ich glaube, das hat ihm besonders geschmeckt oder ist jetzt einfach gerade sowieso prinzipiell... Du bist einfach gerade super mega glücklich. Das konnte ich auch verstehen. Wir haben ja sehr viel Spaß mit dir gerade gehabt. Ihr seht, wir sind jetzt schon im Video ziemlich weit vorangeschritten von der Zeit, wie her. Ich habe euch gerade mal Beeren gezeigt. Ich glaube, es mochte irgendwie die Schokolade total gern. Es ist auf jeden Fall wie wild rumgehüpft. Boah, jetzt bist du gleich voll, ne? Dann bist du einfach zu satt. Oh, jetzt ist Hydropo besonders glücklich. Jetzt hat er sonst viel lieber. Okay, cool. Nächstes Spiel ist Kopfball. Da werde ich jetzt mal drauf verzichten, euch die Schwierigkeitsgrad zu zeigen. Endlos ist genauso wie da bei den Bären auch. Es wird immer schneller und immer schwieriger und immer länger und man hat nur drei Federzeiten. Kopfball geht da rum. Zack. Wollknäule nach oben zu schießen, die auf uns runterrieseln. Das macht sehr viel Spaß. Das mache ich auch sehr gerne. Aber das verbraucht, finde ich, mehr Konzentration. Als es bei der Bärenernte der Fall ist. Mal es hier auch so ein paar assige Wollknäule geben kann, die total langsam ankommen. Das Ganze folgt auch noch so ein Rhythmus. Eigentlich hört man auf den Sound irgendwann nur noch. Und gar nicht mehr so sehr hingucken, macht es schwieriger, finde ich persönlich jetzt. Man will natürlich keine Fehler machen, man will seine Kombo nicht unterbrechen. Und dann fängt man an zu schludern, drückt zu früh oder zu spät und eigentlich kann man nebenbei nicht quatschen. Oh Gott. Oh, das war ein bisschen arg knapp gerade. Wow. Mag es lieber, wenn die schneller kommen? Hä? Me? Me? Mu? Ma? Me? Oh Gott, da kommt das Große. Das kriege ich immer nicht. Ich kriege das Große nie. Da habe ich das Timing. Dafür kann ich nicht. Jeden, der ich kenne, der kann das Große Wollknäule fangen. Ja, jede Person, die ich kenne, kann das Große Wollknäule fangen. Ich kann das nicht. Ich habe da kein Timing für. Ich weiß, ich kann euch auch keinen Tipp dafür geben. Ihr könnt mir gerne Tipps in die Kommentare schreiben, wann man springen muss, um das Große Wollknäule zu kriegen. Aber ich habe da kein Gefühl für. Das tut mir wahnsinnig leid. Sorry, da bin ich absolut inkompetent. Du kriegst jetzt wieder die Lame-Impfles. Das Gefühl irgendwie, die braunen mag ich total gerne. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch wirklich nur wieder so ein Internet-Mythos mit dem, welche Puffles ein Pokémon lieber mag. Fast Satz. Sehr gut. Tja, und Puzzle. Also das wird Kopfball, es wird halt einfach immer schneller und immer schwieriger. Das ist nicht so wie bei den Bären, dass da noch mehr Wollknäule ins Spiel kommen. Das wird einfach nur schneller und schwieriger. Und beim Puzzle versagen meine Gehirnzellen fast komplett. Es geht darum, halt ein verschobenes Puzzle fertig herzustellen. Tausche per Touchscreen die Position der Paletten, um ein Bild zusammenzusetzen. Das ist eigentlich alles ziemlich gutes Kopftraining. Ich nehme mir immer erstmal die Ecken vor, weil ich genau weiß, dass die schon mal richtig sind. Und dann weiß ich hier untener Rand, oben Rand passt schon mal zueinander. Und dann kann ja nur noch das hier oberer Rand auch stimmen. Der Seitenrand hier muss miteinander getauscht werden. Das muss getauscht werden. Hier kann ich jetzt nicht sagen... Okay, habe ich in der richtigen Reihenfolge gemacht. Es ist sinnvoll, wenn man Puzzleteile miteinander tauscht, dass diese sofort sitzen. Dafür braucht man eine Übersicht davon. Und das übt sich erst mit der Zeit, ja? Und je schwieriger der Schwierigkeitsgrad halt wird, desto mehr Puzzleteile werden ist. Und ich bin nicht gut in diesen Puzzles. Ich mache das einfach total selten und mache das nicht gerne. Auch wenn ich die Bilder alle total süß finde und das nett gemacht ist. Und wer schlau ist, merkt sich eigentlich gleich, was hier los ist. Aber immer erstmal schon mal die Ecken austauschen. Weil man weiß halt, das sind feste Positionen. Jetzt gucke ich mir Randseiten an. Weil diese Ränder müssen miteinander zusammengehören. Das ist schon mal vollkommen klar. Es gibt hier nur eins, der den unten hat. Es gibt nur eins, der den hier an der Seite hat. Ich würde vermuten, das gehört auch nochmal so hinten. Man hat halt die Farben, um sich damit auch nochmal identifizieren zu können. Und ich... Ne. Ich tausche das dann teilweise immer lieber zurück, damit ich das nicht komplett ausgetauscht habe. Perfekt. Sehr gut. Ihr müsst halt wirklich darauf achten, die Indizien... Was gehört zueinander mit den Seiten? Wo könnte das hinkommen, damit ihr nicht zu viel rumpuzzeln müsst? Also man entwickelt da mit der Zeit eine eigene Taktik für. Meine Taktik ist schwierig da eigentlich zu erklären. Ich versuche mir wirklich das Puzzle übersichtlich zu merken. Oh Gott, in Schwer bin ich echt nicht gut. Und dann halt wirklich gezielt... Es kommt auch oft das Bild an. Manche Bilder sind viel leichter als andere. Und es kommt natürlich auch oft darauf an, wie die ganzen durchgepuzzelt werden. Und ich finde jetzt zum Beispiel hier, es ist sehr schwierig zu unterscheiden, wo hier Eckteile sind. Das muss eins hier mitten in der Mitte sein. Oh, das war falsch. Ich will ja natürlich, dass wir dann da oben, ist klar. Hier ist die Ecke. Das muss mitten in der Mitte sein. Okay, dann ist es direkt... Die kann ich miteinander tauschen. Da sehe ich ja auch, dass es ein Rand ist. Hier muss es ein Rand sein. Das ist auch schon mal korrekt. Ich habe hier auch genug, dass hier ist auch ein Oberteil mit einem Unterteil zu tauschen. Ich hätte schwören können. Perfekt, das passt schon mal. Die müssen auch passen. Dann passen... Nein, Moment. Dann passen die hier. Dann passen diese hier. Also ich versuche mich halt wirklich an den Rändern zu orientieren, so gut es geht. Es könnte auch sein, dass du... Nein. Nee, dann gehörst du... Dahin. Oh, ich finde das schwierig. Ich bin da so ein absoluter Prusselmoop, ne? Nee, das geht ja gar nicht. Ähm, es muss... Es muss... Oh Gott. Ich habe keinen blassen Dunst gerade. Äh. Aber das ist auch nicht. Das ist es. Okay, da unten ist alles mit Sand. Dann müsste ich das eigentlich jetzt hinkriegen können. Jetzt wo ich weiß, dass das hier alles das mit dem Sand ist. Das hat schon mal geklappt. Das Geweiher da stimmt. Ähm. Okay, das haben wir auch schon mal hingekriegt. Oh je, meh, nee. Da macht sich wieder meine... Mein langsames Denken bezahlt. Oh Gott, das hat ewig gedauert. Seht ihr? Das war schlecht. Oh, da fehlt mir einfach die Übersicht für. Naja, sagen wir mal, dafür kann man hier wenig Fehler machen, ja? Im Zweifelsfall kriegt man dann zum Schluss halt nur ein Pufflee. Aber das ist dann noch für die Leute, die mit Geschicklichkeitsspielen nichts am Hut haben und in solchen Dingen besser sind. Eine schöne Variante. Deswegen finde ich es halt schön, dass man sich das so ein bisschen aussuchen kann. Dass man quasi eine Wahl hat. Ich mag das. Also es sollte für jeden von euch was dabei sein. Und ich muss halt sagen, dass man sich mit diesen Minispielen tatsächlich, weil man ja dafür auch noch belohnt wird. Weil die Pokémon ja glücklicher sind. Weil man mit glücklicheren Pokémon mehr Items bekommt. Also zum Dekorieren. Und man mit ihnen die Möglichkeit hat, besser zu kämpfen. Also sie heilen sich gern mal selber von Gift und Paralyse. Ne? Ja. Und ganz ehrlich, ist es natürlich auch schön, wenn die Pokémon glücklich sind. Man muss natürlich auch, dass es den Babys gut geht, ne? Sagst du mal so einen dicken, fetten Schokokuchen? No. Oh, der ist jetzt sehr gut geschmeckt. Ja, ei, ei, ei. Hast du schon bein gemacht, die Truppi. Ah, unser Matt gibt es so stolz. Und wir sollten jetzt sehen, dass wir Gegenstände bekommen haben. Punk-Motiv, blaues Wolken-Motiv, Designer-Holzstuhl. Und wir können jetzt hier dekorieren. Ähm, Objekte. Wir könnten halt jetzt zum Beispiel diesen Stuhl hier hinstellen. Wenn Pokémons besuchen kommen, sitzen die dann quasi da drauf. Weil an diesen Stellen, diese komischen runden Eier markieren die Stellen, wo Pokémon sitzen. Äh, können dann noch ein Profleder hinstellen. Anderes Motiv hinterpacken. Punkt-Motiv finde ich gut, aber das Wolken-Motiv ist schön. Und dann OK drücken. Und dann hätten wir halt hier. Und wenn wir uns bewegen, dann, dann, wenn wir laufen, so, dann, dann, dann hüpft unser Pokémon da mit drin rum. Das ist halt ganz niedlich gemacht. Ähm, man kann die Pokémon da drin auch wechseln. Und wir sehen, unser Mudkip hat jetzt schon zwei Zutrauenspunkte. Würde jetzt gerne noch einmal spielen und was essen. Und, ähm, unsere anderen Pokémon bekommen auch Spaßpunkte, weil sie an diesen Minispielen mit teilnehmen. Die kriegen dann zwar keine Zutrauenspunkte, haben halt dann aber Spaß. Man könnte halt auch jetzt gleich sagen, okay, wir wechseln jetzt noch zu Putschi. Und, ähm, Putschi bekommt halt jetzt erstmal ein paar Puflés, damit Putschi glücklich ist. Da kann man sich dann halt so Stück für Stück dran arbeiten. Na, hallo, Putschi! Na, Putschi-Pu? Oh. Okay, du kriegst von mir jetzt ein rosa Puflé. Du hast Hunger, ne? Mal happy. Alter, wie Putschi einfach abgeht. Oh. Oh, oh, oh. Nein, ich möchte das natürlich nicht vornhalten. Ich glaub, die rosa Dinger, haben die fünf Herzen gegeben oder auch nur vier? Auch nur vier. Immer schwierig. Es gibt, ich meinte, ich könnte schwören, dass es Unterschiede gibt. Auch vier Herzen. Mit der dunklen Schokolade hier. Mh, die sieht lecker aus. Auch nur vier. Und dann noch vier wäre ich. Oh, das Grüne hier sieht lecker aus. Jetzt war's dann aber auch, dann bist du satt, ne? Das gab jetzt fünf. Wiggle, 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 wiggle. Machst du das auch unterm Hals? Ah, so süß. Und das war so niedlich hier. Und so können wir halt Stück für Stück das Zutrauen von unseren Pokémon gewinnen, ne? Alles klar. Und jetzt gibt's das Pünktchen-Motiv für uns. Und jetzt kann man sich halt auch schon angucken. Jetzt hat Putschi halt schon das erste Herz dazu gewonnen, ne? Wo hat man halt die Möglichkeit, ähm, das Vertrauen der Pokémon zu steigern. Wenn man einen wirklich spürbaren Effekt haben will bei den Pokémon, ähm, von ihrer Fähigkeit, von ihrer, von ihrer Power, von ihrer Kraft, muss man das Super-Training machen. Ich würde sagen, das heben wir uns mal für einen anderen Part auf, weil wir das jetzt im Moment auch noch nicht so brauchen. Ist zwar durchaus sinnvoll, das jetzt gleich am Anfang mit den Pokémons zu machen. Mit diesem Super-Training können wir die sogenannten IVs verteilen. Ähm, die, oh Gott, ich hatte mal so einen wunderschönen deutschen Guide, der das so ein bisschen deutlicher, ähm, dargestellt hat. Mal gucken, ob ich die noch finde. Ähm, ich, also deutsch, also man nennt die Dinge halt, ähm, Fleißpunkte. Ähm, äh, Effort, äh, Values. Kurz IVs. Ähm, oder Fleißpunkte im deutschen FP. Das ist ein Wert, ähm, der die Statuswerte eines Pokémon beeinflusst, ohne dass wir ihn sehen können. Jedes Pokémon kann insgesamt 510 von diesen, ähm, EVs bekommen. Ähm, wobei auf einen Statuswert halt nur maximal 255 verteilt werden können. Ähm, das reicht aber nicht aus, um einen, also das ist nicht schlimm. Also das, ähm, man kann nicht alle, man kann nicht alle Statuswerte wie Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Verteidigung auf Maximum bringen. Man hat halt nur, ähm, 510 EV-Punkte zum Verteilen frei. Und man kann auf einen Wert nur 255 packen. Allerdings braucht man, glaube ich, auch nicht 255, um einen Statuswert auf Maximum zu bekommen. Ähm, das gibt's auch erst, äh, seit... Nach Pokémon Silber, glaube ich. Ja, ich glaube, nach Pokémon Silber fing das erst so an. Ähm... Wie man, wie man diese EV-Punkte auf, äh, Pokémon bekommt, ähm, das ist euch vielleicht sogar schon mal aufgeteilt, aufgefallen. Ähm, es gibt so gewisse Items, die dauerhaft die Statuswerte eurer Pokémon erhöhen, wie KP+, Protein, Eisen, Calcium, Zink und Carbon. Das sind so die Sachen, das sind die Items, die am häufigsten auffallen, wenn man ein Pokémon-Protein bekommt. Das steigert sein Angriffswert sich dauerhaft. Ähm, so ein Vitamin gibt immer 10 Erfahrungen, ähm, im EVs. Ähm, ähm, wir nennen ja sie Fleißpunkte zu deutsch, damit ihr es besser versteht, ja? Also ihr könnt halt, ähm, damit quasi so einen unsichtbaren Wert hochpushen. Und das macht einen Unterschied, wenn ein Pokémon dann ein Level-Up macht, steigen diese Punkte halt quasi auf die Statuswerte sichtbar. Nur noch, um das auch noch kurz zu zeigen. Ich will es nur mal kurz angesprochen haben. Wir werden da noch mal ein Video genauer zu machen. Ich werde mal versuchen, euch das so gut wie es geht zu erklären, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel hier Angriff. Wenn ich jetzt ganz viel, ähm, von den, ähm, Fleißpunkten auf Angriff verteilen würde, würden wir sehen, dass Angriff immer signifikant höher steigt, wenn wir ein Level-Up machen, als alle anderen Werte, ähm, bevorzugt. Und hauptsächlich dort die Punkte drauf landen, weil dort eben diese, äh, Fleißpunkte verteilt werden. Ähm, es gibt viele verschiedene Items, mit denen man das machen kann. Ähm, also ich glaube, es gab irgendwelche Fehler-Items. Ähm, es gab die verschiedenen, ähm, Macht-Items, die man einem Pokémon geben kann, die, äh, automatisch nach jedem Kampf gegen ein Pokémon diese Punkte verteilt haben. Aber hauptsächlich, hauptsächlich verteilen, ähm, diese, verteilen sich diese Fleißpunkte von wilden Pokémon. Also soll heißen, ihr kämpft, zum Beispiel, das habe ich sehr viel gemacht, ähm, gegen, ähm, Garados und, äh, Goldini. Glaube, ne, Moment mal, war das Garados und Goldini? Ich glaube, das war, Garados war es in Pearl und gegen Goldini habe ich in SoulSilver immer gekämpft. Ähm, diese Pokémon geben euch, wenn ihr sie besiegt, ähm, einen, beziehungsweise bei Garados zwei Fleißpunkte auf Angriff. Das heißt, ihr kämpft halt immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder gegen Garados, 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 Garados. Und schreibt euch auf, wie oft ihr das gemacht habt, damit ihr wisst, wie viele von diesen Fleißpunkten ihr verteilt habt. Ihr wisst, ihr könnt sowieso nur 255 maximal auf einen Wert verpacken, beziehungsweise, ich glaube, lasst mich nachrechnen. Ist das hier vielleicht irgendwo? Nein, das ist ein totaler blöder Guide, der ist in einem Forum, das mag ich nicht. Ähm, ich glaube, ein Poké-Wiki ist ein ganz anständiger Guide dazu. Ich meine, ist ein Poké-Wiki ein wirklich ganz anständiger Guide. Ja. Ähm, es gibt halt viele Möglichkeiten, da möglichst schnell ranzukommen, das zu verteilen. Inklusive des Pokémon-Super-Trainings, wo man ganz gezielt einzelne Statuswerte pushen kann und sich auch angucken kann, wie diese Fleißpunkte verteilt sind. Das macht man hier in diesem Pokémon-Super-Training, aber das schauen wir uns mal in Ruhe an. Ich glaube, das Pokémon-Super-Training werde ich benutzen, um einen Guide zu den Fleißpunkten zu machen. Meint ihr, ist das eine gute Idee? Damit beschäftigen wir uns aber erstmal später. Wir machen jetzt erstmal weiter in der Hauptstory. Hier haben wir heute Pokémon-Spiel, Pokémon-Knuddel gemacht. Heute war ein niedlicher Knuddeltag. Ich habe euch ein bisschen was über Fleißpunkte erzählen können. Das war vielleicht für einige zu viel. Ich werde versuchen, es im Sendung mit der Mausstiel, wenn wir das Video machen, zu erklären. Da brauche ich ein bisschen Vorarbeit, damit man es wirklich versteht. Weil wenn ihr wirklich richtig ernsthafte Pokémon-Kämpfe austragen wollt, dann müsst ihr das machen. Dann erzähle ich euch auch später noch, wie ihr Pokémon züchten könnt. Ja, wie ihr es schaffen könnt, dass die Pokémon perfekte Gene haben. Weil Pokémon haben ja Grundvoraussetzungen Genetik, die quasi bedeuten, dass ihre Werte sich so und so verteilen. Und bestimmte Wesen, bei denen sich Werte auch nochmal so und so verteilen. Und dann verteilt man zum Schluss die EV-Punkte noch richtig. Und dann hat man in Anführungsstrichen ein perfektes Pokémon so gut mit dem, was es liefern kann. Und dann muss man sich noch eine Taktik zurechtlegen. Und ich habe sehr merkwürdige Taktiken und mit denen auch noch recht viel Erfolg, was solche Pokémon-Kämpfe angeht. Und da werden wir bestimmt noch Spaß mit haben. Das ist etwas, was ich diesmal gerne ins Let's Play mit einbauen würde. Dass in einem Livestream dann mal, wenn wir hier durch sind mit dem Spiel, Pokémon züchten, Pokémon EVs verteilen, ein Team aufstellen und dann kämpfen mit Taktiken und allem drum und dran. Aber dafür muss ich büffeln, büffeln, büffeln. Weil viele von den neuen Pokémon kenne ich nicht mehr beim Namen mehr. Ich kenne teilweise deren Schwächen nicht, weil ich deren Typos nicht kenne. Viele von den Attacken kenne ich nicht. Wir werden also üben, üben, üben gemeinsam und werden dann gemeinsam ein Pokémon-Trainer sein, der zu perfekt ist. Und das, naja, ist noch weithin. Ist noch weithin, ja. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich verabschiede mich erstmal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren und Dabeisein. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.